bonacera 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 zu einem neuen video auf mein kanal der schalker und wer mich noch nicht kennt hey schaut euch meine videos an emotional ihr könnt ruhig ein abo auf meinen kanal lassen ist kostenlos oder teilen 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 oder liken das wäre cool so ja erst mal eine traurige nachricht für mich vielleicht für vielen schalkern auch jetzt ist das amtlich unser victor palzen verlässt schalke 04 ich hatte das schon vor einem monat schon darüber berichtet letzte woche auch jetzt kam es so er wechselt ab in die usa nach washington zu dc united dc united ja für mich wirklich traurig denn victor palzen war mein lieblingsspieler seine art und weise wir voran ging er war ein vorbild für viele viele spieler auch für die jungspieler die er wirklich viel unterstützt hat auch mit den spielern die nicht so gut mit der sprache deutsche sprache umging er hat den geholfen weil er konnte glaube ich vier oder fünf sprachen der palzen und hat die unterstützte jungspieler ja er fehlt uns auch in der kabine er war wirklich einer der voran ging er war er hat den erfolg gewollt er wollte unbedingt immer gewinnen er wollte mit der mannschaft siegen er ging wirklich voraus er hat den latzer als kapitän ja super ersetzt und wirklich er war gierig auf mannschaftserfolg und man hat gesehen bei der aufstiegsfeier wieder da ab ging da oben und ich bin ehrlich mir tut das herz weh dass er nicht mehr bei uns ist aber so ist das halt er verlässt schalke 04 mit wirklich zwei weinen weinen augen er hat aber gesagt das war das ist ihm so schwer gefallen aber er hat sich für seine familie entschieden kann ich auch verstehen familie ist immer an erster stelle dürfen wir nie vergessen bei mir ist das ja auch so dass meine familie immer an erster stelle gehört und da die familie ja in kanada wohnt ist ja nicht weit entfernt hat er sich entschieden dann zu dc united zu gehen das wird auch sein letzter vertrag sein aber ich finde es richtig schade ehrlich richtig schade weil ich habe den gemocht sein zweikampf verhalten auf dem platz war hammer er war nicht der beste spieler war nicht spielerisch der beste aber er war ein funskerl top 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 ich sag mal viktor palzen ich wünsche dir viel 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 erfolg mit der neuen mannschaft bleibt gesund du und deiner familie alles gute danke für das eine geile jahr mit dem aufstieg dass du bei uns war wir dich kennenlernen durften schade aber okay ich wünsche dir trotzdem viel viel erfolg in washington ja und jetzt gibt es noch eine überraschung jetzt mal ehrlich ich war überrascht ich war wirklich überrascht das ist jetzt kein scherz das ist kein scherz wir leihen noch ein spieler aus da bin ich von den wolken gefallen wo ich das heute gelesen habe ich habe es heute gelesen das kann nicht wahr sein das kann nicht wahr sein ich bin ehrlich marvin piringer wird verliehen das ist eine überraschung ich bin damit überrascht worden ehrlich marvin piringer er hat ja gesagt der marvin er wird kämpfen er wird alles geben er will nicht wechseln und jetzt leihen sie den aus nach zum sc paderborn er hat sich das anders überlegt er möchte mehr spielen spielpraxis da sie jetzt da wir den polter geholt haben ist er der vierte ersatzstürmer und ich kann auch verstehen dass ein 21 jäger auch spielpraxis braucht und sich um sich weiter zu entwickeln und ist auch richtig so dass er verliehen wird in der zweiten liga wo er mehr spielpraxis sammeln kann als bei uns sorry bei uns wird er nicht so viel spielpraxis kriegen müssen wir ehrlich sein und das ist der richtige schritt war schalke jetzt mal eben verleihen man sagt ja immer lieber einen schritt zurückgehen oder zwei schritte zurück ist immer besser als da oben auf der bank zu sitzen kaum spielpraxis zu kriegen dann lieber zwei schritte zurück oder ein schritt zurück mehr spielpraxis vielleicht ist das gut für seine entwicklung wir wissen es nicht ich hoffe und drücken wirklich die daumen dass es für seine entwicklung besser ist auch für uns wird das dann später zum vorteil werden hoffen wir hoffen wir ich hatte ja gesagt der schießt sechs tore letzte sorge in der rückrunde da wurde ich eines besseres belehrt mal schauen wie der sich jetzt in paderborn entwickelt ich schaue auf jeden fall auf ihn mit nicht nur ein augen mit zwei augen schaue ich dahin bin gespannt auf seine entwicklung beim sc paderborn wie er sich da entwickelt da paderborn ja offensiven fußball spielt vielleicht liegt ihm das besser als wie bei uns zu spielen werden wir schauen marvin pieringer wird ausgedehnt zum sc paderborn wenn medizincheck alles okay ist wird er auf jeden fall zum sc paderborn wechseln ja und letzte woche war ja jan bostoran nach holland ausgedient zum fc utrecht ja leider bei peinzen mussten uns verabschieden marvin pieringer wird ausgeliehen und bostoran wurde letztes jahr ja bei uns auf schalke passiert jede menge jede menge da wir jetzt den pieringer ja abgegeben haben müssen wir ja in der offensive jetzt was tun und ich hoffe wirklich dass wir jetzt in der offensive einholen der wirklich tor gefährlicher ist als pieringer schnell technisch bereich gute flanken kann wir brauchen einen wirklich aber das problem ist mir fällt keiner zurzeit ein außer schulinov der uns sofort weiterhelfen würde da schulinov uns ja schon kennt aber da stuttgart gesagt hat da bin ich gespannt was der ruven schröder wieder aus dem hut zaubert da bin ich wirklich jetzt gespannt ich wüsste jetzt nicht auf anhieb wer uns sofort weiterhelfen würde könnt ihr ja eine kommentare schreiben ja okay das war's dann sehen wir uns beim nächsten video dann ist glaube ich dann keine ahnung da habe ich einfach dann raus okay alles klar ich wünsche euch alle noch einen schönen abend bleibt gesund wie immer euer schalke ciao